Diese ganze Kombi sind ja immer schön und gut, wenn du die Champions bekommst, ne? Ja. Ich glaube der Trick an dem Spiel ist, flexibel zu bleiben und immer irgendwie... Ja, du musst von Anfang an gucken. Entweder kriegst du eine Richtung oder du kriegst sie nicht. Jetzt war das schon mal meine Lieblingskombi hier, Fixers. Ja, da ist aber Nobel und kein Assassine, gell? Ich wollte nur... Naja, der macht die ganz Linger. Aber bei Lotion, wo ich schon mal Attack Speed drauf hab, da muss ich zugreifen. Ja, hab ich mir bei Lissandra mit diesem Large Sword auch gedacht. Jetzt hab ich mir immer noch kein Bier holen, gell? Ihr Lappen. Nein. ...stellen, was die anderen spielen. Das ist der Trick dahinter. Nicht, du musst das so machen, sondern du kannst... Weißt du, mein Trick ist, mein Trick ist Yordle. Einfach sechser Yordle? Wie heißt alles andere Scheiße? Ja, die Yordles machen das. Ich komm damit bis nach Challenger. Aber grundsätzlich kommst du bis nach Challenger mit Yordle. Wohl oder übel. Du musst einfach nur Glück haben. Ja, wobei Yordle ja auch einfach nur Glück ist. Ja. Entweder trifft er dich oder nicht. Du musst sechs Yordles... Also Stand jetzt hab ich keine Ahnung, was ich hier mach. Das ist sehr gut. Jetzt kommt nur Eisfigur und ich raste hier gleich komplett aus. Ich spiel verarscht mich doch von vorne bis hinten. Ja, dann spiel Eis! Halt's Maul! Halt's Maul! Spiel... Weißt du Bescheid? Spiss dich von meinem Fell! Ich versteck saue gleich! Stell den Gerren wieder rein! Du brauchst den Noble-Buff, stell deine Wayne und deine Gerren rein. Und dann hast du Noble und Glacial, so. Und darauf baust du auf. Fertig. Da hast du mich in Ruhe geh auf dein Feld. Da bin der Buff. Der Buff ist meistens wichtiger wie ein Zweier- oder Dreier-Held. Heiko spielt Yordle mit Glacial und mit Noble und Ganslinger. Und den du einfach mal wegkrotzt. Fast. Nusten! Ja, Mann! Ja, siehste. Gewinnst doch. Und, und, und! Ja, Mann! Und, gewinnst doch. Yordle! Yordle! Das ist die Geheimwaffe! Yordle! Oh Mann, ey! Yordle ist für Präsident! Präzident? Präzidenta! Für Präzise! Und Denta! Und Denta! Viele schöne, brauchbare Items! Ja! Wenn einer vor mir dran ist, nimmt mal bitte einer den Draven raus! Kann ich hier gebrauchen? Du sollst ihn dann auch nur verkaufen! Ah! Nein! Hallo! 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 Ach Gott, ja! Warum, warum stellt der sich wieder da unten hin? Ich finde das so unnötig! Dein Barus darf nicht schießen! Dein Kartus darf seine Ult nicht zünden! Dein Kartus ist das Problem! Und du hast, du hast dieses Curse-Item! Du hast dieses Item, was runterrotzt! Welches Item? Dieses grüne Item auf deiner Faktristana, Alter! Was die Sterne zurücksetzt, Junge! Das ist so behindert, dieses Item! Das ist einfach behindert! Alter, was hat der denn? Oh, mein Golem wieder da unten! Da ist das gut aufgehoben! Ja, dann habe ich keine Chance, wenn mein Dämmisches... Komm, ey! Mach den Dämmchen Draven platt und dann ist das schön! Brand Ult und Kartus Ult unterbrochen! Ja, GG! Yo! Dem seine Keil! Schützt einfach zu sehr den fucking Draven! Dann fahre ich mal hier oben! Ich lasse denn! Die hier oben 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 oben!